Hi Leute, und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Immensions. Jetzt möchte ich hier die OR-Prozessierung, also dass das Ding hier dann das hier wird, möchte ich jetzt halt automatisieren. Dazu brauche ich nochmal drei Ender-Chests. Ender-Chests. Dazu brauche ich das alles, also holen wir uns doch mal das. Drei Ender-Perlen. Ö-N. Hm, da habe ich gar nicht gelegen drin, müssen wir es so machen. Dann das rein, holen wir uns erstmal wieder die Grundsachen raus. Und die Drohnen. Dann brauche ich sechsmal Obsidian. Okay. Dann die Ender-Perlen, drei Stück. Und drei Blaze-Rots noch. Äh, brauche ich zwölf. Wolle. Habe ich die hier drin. Und Drohnen. Und Drohnen. Drohne, ja. Und Wolle, weiß ich jetzt nicht. Doch, die auch. Passt. Komplett alles über das hier geholt. Gut. Den Rest mache ich wieder in LAPES. Dann kann das hier wieder zurück. LAPES geht mir momentan wieder aus. Da muss ich wieder einiges zusammensammeln. Dann gehen wir hier mal her, können das herstellen. Dann brauche ich da drüben da noch drei Sachen. Habe ich irgendwas da, was ich reinwerfen kann, kurz. Dass mir auch irgendwas bringt. Da habe ich noch ein paar Drohnen. Naja, das war es aber so ziemlich, was ich reinwerfen kann. Aber ich glaube, das sollte reichen. Ich brauche einmal Rot. Und dann nehme ich noch Blau. Okay, die rote Drohne setze ich jetzt hier mit hin. Beziehungsweise mache ich hier eine Drohne und mache die mittlere rot. Dann wird automatisch jetzt das Ganze, was rauskommt, hier gleich wieder rausgesaugt und einzugelt. Damit habe ich das schon mal vereinfacht, dass ich nicht immer alles per Hand machen muss. Okay, ich bräuchte nochmal zwei Drohnen am besten. So wie ich es momentan aufgebaut habe. Dann machen wir erstmal die hier weg. Na, das war eigentlich ein Schmarrn-Devies bleiben. Weil da momentan ja auch immer Cobblestone rauskommt und dann ist das einigermaßen schwierig, das Ganze halt Sinn zu machen, dass bloß die Erze rüberkommt, wenn ich es über die Drohnen mache. Das muss ich dann anders machen. Und die hier wird Blau. Ich muss jetzt einmal reinschauen, dann ist halt das andere, was über die rote Drohne läuft, kommt hier nicht mit rein, weil das eine andere Farbe hat. Dann brauche ich am besten nochmal ein paar Itemfilter. Oder? Brauche ich einen Itemfilter? Ja, eigentlich schon. Dazu brauche ich einen Hopper und viermal Papier. Bin mir gar nicht sicher, habe ich Hopper nicht vielleicht auch mehr drin? Papier auf jeden Fall. Eins, zwei, drei, vier. Hopper habe ich nicht herin. Aber egal, ich habe jetzt wieder ein paar Drohnen. Die kann ich ja dann in Hopper gleich umwandeln. Jetzt habe ich gleich zu viel. Brauche ja bloß fünf. So, den in die Mitte, außenrum das hier. Dann habe ich den Itemfilter. Na, da habe ich gemischt drüben. Ich nehme ja immer die Spitzhacke mit und da hinten war doch irgendwo eine Axt. Dann renne ich schnell hier rüber, zu meiner Query. Bei der rentiert es sich ja fast nicht mehr. Aber dann bei den nächsten, wenn ich es wieder aufbaue. Weil hier vielleicht noch was zum Essen mitnehmen sollen. Wenn ich es sich drüben bin, kann ich wieder nicht laufen. Oh man. Also ich drüte jetzt hier das Hähnchen. Und nimm es auch mit, was es fallen lässt. Also den Schmarrn, den brauche ich nicht. Dann unterbrechen wir mal das hier. Machen das weg und das. Den hier hin. Sagen auf Insert passt. Und hier kommt jetzt der Filter mit rein. Und da brauche ich Faires und. Emmerhold, da habe ich auch mal mit rein. Ich glaube für den Emmerhold hatte ich bloß hier drüben keinen Platz mehr, oder? Doch, da habe ich auch Platz. Hier. Dann kann der hier raus. Das ist auch Priorität 1. Da müssten die hier aber eigentlich schon wieder 2 sein. Oder? Ich hoffe. Ja, einfach damit die ich erst hier einsortieren, dann hier. Oder erst hier, dann hier. Das ist egal. Und dann der letzte soll da hier. Beziehungsweise da brauche ich ja gar keins. Das soll einfach bloß rüber laufen. Ins blaue. Dann kann hier eigentlich mal alles raus, bis auf das Faires. Das bleibt hier drin. Hier werfe ich halt die schnell mit rein. Und hier kann das alles mit rein. Iron. Das einzige, was jetzt noch fehlt bei dem Filter, wäre Iridium. Bis da muss ich nochmal kurz zurück.